Wie sieht das hier jetzt aus? The Freezing Temps, immer wichtig. Achso, Einzelpersonen schon wieder, alter Schwede. So direkt mal hier gucken, ob wir Orbs haben. Wir haben hier draußen auf jeden Fall ganz viele Orbs. Ich hab Bugs. Ich hab Bugs. Oh, hast du einen Bug gefunden? Ich hab einen Bug gefunden oder sowas. Ach, wo ist denn der Stromkasten? Das haben wir schon wieder nicht nachgesehen. Der Strom ist an. Ah, okay, ich wollte grad fragen. Ja, du, ich hab auch gesagt, ob es nicht sein könnte. Ich wusste es nicht. Sag mal, ich hab doch schon eine Tür gehört, oder nicht? Das war ich gerade. Ist wohl wieder ein äußerst frecher Geist, oder? Ein frecher Tracy, zumindest. Knochen. Knochen. Ich hab einen Knochen unten im Schlafzimmer. Das Knochen mag raussaugen. Ja, warum nicht? Bestimmt gut für ne Brühe. Dumpf ist alles hier. Dumpf. Dumpf. Ach. Hier wird's gelt da. Ah. Okay. Nichts. Keine Hau abs. ein äußerst aktiver geist ist das das für ein bildschirm werden wir hatten so ein hier drin hier drin was ist hier drin da ist der geist drin kommst du noch auf gefriertet kein versteckt keine orbs im geisterraum wollte ich mich jetzt nicht verstecken gefriertemperaturen ok also wenn man gefriertemperaturen hat dann ist das definitiv und recht schnell alles klar ist mir das jetzt auch mal so langsam er ist hier versteck nehme ich das hier schon wir haben tarot karten hab die mal hier auf den tisch gelegt im esszimmer bist du da bist du hier 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 okay Okay. Oh, schön. Geist, jetzt lauf doch mal ins Heils. Na komm. Mal schmeißen ein paar Sachen, ich weiß nicht. Irgendwas. Seils. Kein Fingerabdruck. Kein Urni. Ich soll so raus. Der hat gerade das Licht berührt und ein, äh, so eine Dunstwolke abgefurzt. Salz. Ja, ich gucke. Sehe nix. Ich mache mal das Licht raus kurz. Kein Abdruck. Ich denke, es ist ein Moroy. Ja, aber mal gucken. Du hast Warnvorstellungen. Ja gut, das sowieso. Wir sind auf jeden Fall schon mal ein bisschen safe. Ja. Ich glaube, der findet bestimmt irgendwo eine Ritze im Raum, wo er sich dann, äh, erscheinen lassen kann. Ja, da gehe ich mir auch mal von aus. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist ja frech. Jetzt geht er ab. Jetzt geht er ab. Ja, wir sind nun, wir sind nun unter 60 Prozent, also der, wenn er wollt. Er könnte da bestimmt. Er will aber nicht. Äh. Ich wusste nicht mal, dass man eine Schaufel nehmen kann. Oh Gott. Kommt euch, traut mich. Andersrum. Traut euch, kommt zu mir. Wusste ich auch nicht. Das habe ich gerade zufällig herausgefunden. So. Au. Boah, jetzt hat die Knall ja richtig. Sag mal. Vor allem Zollstock. Das ist nicht doof. Mal Licht aus. Mal Licht aus. Mach bitte das Licht aus. Bitte. Mach das Licht aus. Ich habe keine Waps. Das weißt du doch nicht. Doch. Da müsst ihr auch mal finden. Die können überall sein. Die sind bestimmt hier hinter. Guck dir mal an, wie nah der dran ist mit der Schnauze an der Garagentür. Ja, hör mal, wir müssen auch da hinterher kommen, ja. Also. 30. Wir müssen auch da hinterher kommen. Das sind fast die. Oh, 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 oh. Der wandert, der wandert. Klingt da fünf. Mhm. Das sind Zwillinge. Zwillinge. Das macht Sinn. Ab nach Hause. Warum? Oh Gott. Ei, 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 ei. Knall ich mir mal zwei Schnäppchen rein. Ey, sieh aus dem Jenseits. Hörst du mich? Anscheinend schon. Hey, hi. Alles klar. Ich finde das Interaktionsfoto super. Oh Gott. Oh, scheiße. Wir haben den Knochen nicht mitgenommen und nicht fotografiert. Ja. Den hab ich schon wieder vergessen. Alter, ich häng vier XP vor einem Level ab. Oh. Das ist total schlicht. Das gibt's doch nicht. So. So. So.